Der Fabia-Challenge setzt der Bärer-Champion an gewonnen sein Auto. Den dritten Challenge Fast Slap war voll und erfüllig für den Bopp. Kein Spezialist am Uffueren, aber wenn hier bis Lanser das, hält keine Kupplung hier zurück. Und der Laurent muss an Kalfasser springen. Also hat's Nummer 4, Aquabike. Nicht der gewinnt den Terrain für unser Veloz-Champion. Hopp, mein Junge, er läuft der Leerstumul in der Wasser, anstatt ob der Stroh ist. Ich misch das gut. Ich muss ehrlich sagen, ich kann die Leber umdrechnen. Die Leber hier misch das dort hin. Oh, Laurent, Laurent. Wir haben uns ja besser hier. Hier ist ein bisschen mehr gemütlicher, wie in der Wasser-Velo zu füllen. Hier wackelt man auch so, wie im Riesstumul. Alle, komm, komm. Raus, schau, färtsch. Hier ist noch nicht mehr lange gehalten. Ich sehe, Robbe. Und die Du zwei. Der hat ja kein Gut an der Kopf. Pass auf, Pupp. Die Du ist für dich. Verpasst nicht, den nächsten, den letzten Challenge. 100 Meter Crawl. Das Chaos. Das ist nur so gesund. Und hat mich da so nur zwei Menschen gefühlt. Spiel, äh, Spielt Matt vom 23. Juliun. Ob ihr euch auf Facebook seid. Skoda. Simply clever. who haben sie vertreibt? Und dieses haben wir über das. Wir haben nichts mehr über das. Und wir haben die Jäuhe. Ich bin, die wir haben.